Herzlich willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihgeschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel das Lehnsystem des Mittelalters. Wie immer findest du in der Wiederbeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspielen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Das Lehnsystem des Mittelalters. Eine bestimmte Art und Weise die Menschen einer Gesellschaft in oben und unten einzuteilen, säße sich in Europa ab der Zeit von Karl den Großen im 8. Jahrhundert durch. Die mittelalterliche Gesellschaft war weit davon entfernt, allen Menschen politische Mitbestimmung, wie wir sie aus modernen Demokratien kennen, zu ermöglichen. Die mittelaltige Bevölkerung wird in Grafiken häufig in einer Pyramidenform dargestellt, da die Spitze der Gesellschaft sich aus nur wenigen sehr mächtigen und reichen und deren Basis sich aus den allergrößten Teil der Menschen zusammensetzte. In der mittelalterlichen Kirche ging man davon aus, dass jeder Mensch von Gott an eine bestimmte Stelle der Gesellschaft mit entsprechenden Pflichten und Aufgaben gestellt wurde. Ein Aufstieg von einzelnen aus unteren Schichten durch persönliche Leistungen, Heirat und so weiter in den oberen Teil der Gesellschaftspyramide war nicht vorgesehen. Es gab kaum eine Möglichkeit des gesellschaftlichen Aufstiegs. Aus damaliger Sicht waren alle Menschen vom König angefangen bis hinunter zu den Bauern von Gott und der Kirche dazu verpflichtet wurden, sich gegenseitig zu unterstützen. Niemand durfte seine eigenen Pflichten und Aufgaben vernachlässigen. Alle Menschen waren voneinander gegenseitig abhängig. Der weltliche hohe Adel wie zum Beispiel Herzöge, Grafen und der geistliche hohe Adel wie Bischöfe waren die unmittelbaren Gefolgsleute, die sogenannten Kronvassalen des Königs. Sie mussten ihm treu verschwören und für ihn Kriegsdienste leisten. Der König wiederum verlieh als Gegenleistung seinen Kronvassalen Lehen in Form von Grundbesitz und Ämtern, wie zum Beispiel die Tätigkeit als Richter, für die man bezahlt wurde. Die Kronvassalen verliehen wiederum die vom König erhaltenen Lehen, wie zum Beispiel Grundbesitz an ihre Untervassalen, den niederen weltlichen Adel wie Ritter und den niederen geistlichen Adel wie den Äbten mit ihren Klöstern. Die Untervassalen waren wiederum dazu verpflichtet, ihre Lebensgeber durch unter anderem Hilfe, Rat, Kriegs- und Verwaltungsdienste zu unterstützen. Die Abhängigen, wie leibeigenen Bauern und Knechte, wurden einerseits durch die Untervassalen vor zum Beispiel feindlichen Rittern und Räubern geschützt, auf der anderen Seite mussten die Abhängigen für ihre Schutzherren arbeiten, sogenannten Fonddienste und Abgaben wie den Zehend entrichten. Unter dem Zehend verstand man, dass die Bauern den zehnten Teil ihrer Erträge, wie zum Beispiel Ernte, an ihre Grundherren abgeben mussten. Darüber hinaus konnten die Grundherren ihre leibeigenen, das ist ein anderer Ausdruck für die Abhängigen, dazu verpflichten Arbeiten, wie zum Beispiel die Ernte auf den Feldern der Grundherren und aus Treiber bei Jagden des Adels zu übernehmen. Man bezeichnet dies als Fronarbeit. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um das Thema vom Ostfrankenreich zum Heiligen Römischen Reich.